Okay, Hallihallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Far Cry Ja, äh, versuchen wir es halt einfach nochmal Wird schon irgendwie werden Mit Hilfe dieses Scharfschützengewehrs geht es auf jeden Fall schon mal besser Äh, wir wechseln auf den Sniper So, der ist schon mal wichtig, dass der weg ist Den haben wir auch erwischt Das ist schon mal gut Wenn die Seite schon mal frei ist, ja, dann müssen wir uns nur noch um die rechte Seite kümmern Ach, der lebt doch noch Der hat nur so getan, als ob er tot umfällt Okay, klar, hab ich gar kein Problem damit Ich will gar nicht wissen, wo der jetzt wieder auftaucht Ich habe keine Ahnung Geh doch da rechts rein, du Idiot Hmm Na toll Okay, das ist schon mal wie das ist, wenn ich das Scheiße, das war ein unnötiger Treffer. Der schießt jetzt einfach auf gut Glück. Der schießt auf gut Glück. Fick dich. Schieß woanders hin, du Arsch. Ich will gar nicht wissen, warum. Geh da rein! Den Versuch kannst du eigentlich schon wieder vergessen. Das war mir schon klar. Wie der Kerl auf gut Glück angefangen hat zu schießen, war mir das schon klar. Weißt du, sieht uns gar nicht, aber schießt schon. Die Logik dürfte ich hier eigentlich nicht haben. Toll, der lebt noch. Guck mal, wie der lebt. Wow, wie viel hat der jetzt gebraucht? Drei, vier, fünf, sieben. Ne, acht sogar. Ach du Scheiße. Fick dich. Ja, toll. Fick dich. Ich lass auch. ein bisschen zu viel oh yes das ist jetzt schon wieder vorbei weil er auf Glück schießt weil er auf gut Glück schießt weil der Wichser auf gut Glück schießt ja ich hab's schon verstanden ich schieß auch immer auf gut Glück weil ich unendlich Raketenmuni hab wie geil wär das wenn die Drecksviecher ihre Muni verschießen könnten du sollst die Tür nein nein überlegen wir wer hat gesagt Granate du scheiße nein niemand hat das gesagt auch wenn du das möchtest Jack es ist schön sich mit Granaten selbst umzubringen ich weiß das heißt auch noch nicht dass du das darfst so einer reicht für die Spasten ich brauch erstmal was zu trinken das wird noch richtig hart in dieses blöde Ding reinzukommen das ist mir zu riskant das ist mir zu riskant ja mein Ziel das jetzt schnell zu beenden oh das war viel den haben wir wohl erwischt scheiße fuck daneben wieso ist der zum schießen gekommen was zur Hölle vorbei ist vorbei 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 wieso der sieht mich halt einfach mal durch den Mann durch ja so eine Genveränderung hätte ich auch gerne mal komm schieß auf ihn schieß auf ihn er hat mich halt einfach Sniper Sniper mit Maschinengewehr geil wird immer geiler das ganze Spiel wird immer geiler T T so wenn der schon mal weg ist haben wir schon mal die erste scheiß Hurensohnwache weg so der war auch wichtig das war doch schon mal gut drei Schuss und das wie ich ist weg hey ohne außer ohne Kopfschüsse hast du hier keine Chance ich habe aber bis jetzt noch keine Ahnung wie ich die anderen Viecher wegkriege oh der ist gar nicht mehr da na super wer rennt da aber hier kannst du gar nicht anders da musst du Snipern weil die mittlerweile so viel aushalten dass du sie im Nachhinein ohne dass sie sich treffen töten fuck Einer weniger sehr gut die Wechsel die Wechsel haben ist auch schon mal gut und Was ist das? Aber man hört noch einen. Fuck, 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 wer war das? Von wo? Ja, okay. Einer muss hier noch sein. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen kacke mit der Hitzebildkammer da so nach und nach alles durchzumachen. Ne, es sieht so aus, als ob wir diesmal wieder alle erwischt hätten. Das heißt, als nächstes müssen wir uns die anderen Spasten vornehmen. Boah ey. Können die die Tür aufmachen? Geh doch mal bitte in die Knie. Sie können die Tür aufmachen. Oh 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 oh! Oh 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 Scheiße Mit dem letzten Schuss Alter, leck mich doch Speicher die Scheiße, speicher es Ah, ich verstehe Ich weiß schon, welcher Elevator das ist, dass der da Dass wir auch ja einmal das ganze Ding Durchqueren Und jedem Gegner gegenüberstehen müssen Ich hoffe mal, dass uns da oben keiner mehr erwartet Äh, was muss ich jetzt drücken? Achso Ich würde das so gerne Jetzt safe staten Einfach einen verdammten safe state machen Es hat gespeichert Und Ewe da noch immer Irgendwas auf uns zu, oder? Aber egal, es hat gespeichert Den kann ich nicht mehr nutzen Irgendeinen haben wir erwischt Hm, 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 hm Es wird nicht leichter Ja Ja Ist es hier noch? Natürlich ist hier noch einer Oh Scheiße Okay Das geht Das geht Einen Versuch haben wir noch Machen wir noch Wo müssen wir hin? Dahin Die werden vermutlich jetzt erspauen Hm 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 Halt dein Maul, Doyle Wieso hat jeder von diesen Idioten einen Raketenwerfer dabei? Warum? Warum hat jeder dieser blöden Wichser Einen scheiß verfickten Raketenwerfer? Ja, was willst du machen? Kann ja Man kann ja doch nichts ändern, ne? Falls euch die Folge hier gefallen hat Würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen Ebenso über ein Abo Wenn ihr mich weiterverfolgen wollt Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Von Let's Play Far Cry Oh wei Ich glaube es geht aufs Ende zu Werden schon nicht mehr viele sein Scheiße Tschüss Was ist die Machen Halt? Übuch Was ist die Machen? Und die Machen Halt? Aber